Wie viele Romis will Ursula Strauß noch gewinnen? Ich habe fünf gekriegt und ich weiß gar nicht, wäre dreist, wenn man sich noch mehr wünscht. Aber ich bin offen für alles. Wem würde Ursula Strauß gerne mal drehen? Mit intelligenten, tollen Frauen, die Geschichten über Frauen schreiben, die auch ab einem gewissen Alter noch ein normales Leben führen, das Sexualität inkludiert, Spaß am Leben, Abgründe und alle die, die das zu bieten haben, ich bin hier und warte auf euch. Was ist Ursula Strauß' Lieblingsort in Österreich? Das ist ganz einfach. Mein Lieblingsort in Österreich ist mein Garten. Im Pöchlang, bei meiner Mama. Welches Theaterstück hat Ursula Strauß zuletzt gesehen? Tatsächlich habe ich gestern vier Theaterstücke gesehen, und zwar von ganz tollen jungen Dramatikerinnen und Dramatikern beim Peter-Turini-Wettbewerb, wo ich in der Jury war. Was kann Ursula Strauß eigentlich nicht? Also ich glaube, ich kann, spielen kann ich ganz gut und dann ist schon begrenzt alles. Kochen!